Digitalisierung hat dazu geführt, dass Marken ihre Kunden kennen und sehr individuell auf sie eingehen können und dass sie direkt mit den Kunden kommunizieren können, beispielsweise über Social-Media-Kanäle. Mit Programmatic Advertising können sie ohne Streuverluste gezielt und dank Targeting persönlich angesprochen werden. Umgekehrt können Kunden heute z.B. über Social-Media auch direkt mit den Marken oder über diese kommunizieren. Dabei besteht natürlich auch Gefahr eines sogenannten Shitstorms, der die Markenführung vor total neue Herausforderungen stellen kann. Du musst z.B. mittels Monitoring immer wissen, was, wer und auf welchen Kanälen über deine Marken sagt bzw. schreibt. Wenn bestehende und neue Marken Digitalisierung für den Aufbau und die Führung ihrer Marken nützen, sind sie gewappnet für eine starke Marken in der Zukunft. Welche ist eigentlich deine Lieblingsmarke? Und wie geht diese um mit digitaler Kanal?